Willkommen zurück. Alex und ich sind schon Wirt am rumspielen. Ich muss mich mal kurz an die Steuerung gewöhnen. Es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, grausam. Ich weiß auch nicht mehr, wo alles ist. Ich bin immer noch blind. Das Wichtigste ist eigentlich die Granatenwerfer mit B. Super. Und Selbstmord. Ja. Dann hast du dich zur Tode gefurzt. Was machen diese blauen Dinger? Die bewegen sich von selbst? Kann man hier irgendwo durch? Nee, da müssen wir rechts lang. Wart man drauf, wenn sie sich bewegen? Ja, wenn sie sich bewegen, dann bewegen sie uns nicht. Nein. Der intelligente Satz des Tages ist gesponsert von Remastered. Welche jetzt? Ich rufe sie sich eine aus. Ich habe nur intelligente Sätze. Oh, Hilfe! Oh nee, war ein Scherz. Ja, du schaffst das schon. Oh, jetzt habe ich extra zu dir geguckt. Und das war der Troll. Trolls werden immer komplexer hier in dem Spiel. Ja. Ach, der Gott dammit. Ist das kein Boot? Nee, das ist kein Boot. Oh, ein Golden Head. Ah, ich habe gesehen nur eines. Nein! Oh, der ist rot auf. Ist okay. Du bist so ein Spännis, ey. Du bist so ein Spännis. Komm her, das Holz hier. Das ist ein einziger Skandal. Ich schau es dir. Ey, wenn wir das in den Exit reingestiegen. Nein, 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 nein. Oh, was ist das? Wir müssen noch einen Gem holen. Ist im Buch scheißegal. Oh, mein Gott, das ist great. Komm, hol den dir. Wir werden alle bekommen. Fuck ey. Wir werden direkt daneben. Das tut mir echt leid, ey. Das tut mir echt leid für dich. Aber der Hut, ich gönne mir den mal. Ich als Anfänger in dem Spiel kann man, ich habe es mehr verdient. Ja, okay, okay. Die tollen neuen Gesichter zu bekommen. Du hast schon recht. Oh, danke. Ich glaube, das ist der Plan, ja. So. Oh Mann. Was war denn dein Plan? Ich weiß auch nicht. So. Achso, jetzt verstehe ich. Du bist so'n Penis da, das gibt's überhaupt Penis. Moment, da oben ist noch was. Oh ne, gar nicht. Oh nein! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ah, ich dachte es ist schon weg. Danke. Oh. Achso, wie. Hat aber nur ein Gem. Oh nein. Ich hätte ja geholfen. Okay, Moment. Jetzt schnell rüber und dann lass' ich los. Das war gutes Timing, danke. Ja bitte. Ich helfe gerne. So, wir sind von hier gelandet. Moment, ist da rechts auch was? Yes. Au. Oh. Lass' mal'n Beuklein. Hast du's bekommen? Oh scheiße. Oh, die Kotz-Mann-Granaten. Zwei. Toll. Egal. Au. Traitor. Oh. Achieve'n Traitor. Wahrscheinlich hab' ich dich zu oft getötet. Wahrscheinlich. Okay, ich hab' einen. Ich nicht. Ich will sonst Ehrgeiz den Tücher mal töten. Weil der geht immer nicht auf Nerven. No, egal. Komm, ist egal. Nein! Ey, ohne Scheiß. Dann machen wir's kaputt. Ja, gut. Mach' mich unentschieden. So, ups. Ich mein' dir eigentlich dich, ne? Achso. Der Prison Ward ist ja eigentlich ganz süß. Prison Cat. Nein! Moment. Überlegen. Schießt mich hoch. Jetzt. Ah! Okay, probierst du mal. Schießt du mich hoch? Warte nochmal. Ja, äh, richtigen... Oh fuck. Ich muss'n richtigen Timing müssen. Mann! Jetzt ist aber natürlich ganz kacke, dass er genau dahin schießt, wo wir springen wollten. Yes! Sehr gut. Nice shot. Du hast alles geholt, ja? Äh, ja. Soweit ich weiß, ja. Das Volkhandler hatten wir da. Oh boy! Okay, eigentlich fehlt uns. Aber der ist bestimmt da oben noch. Ja, der ist da oben. Okay. Ich schub's dich nach oben und dann gehst du auch direkt in den Exit. Moment. Oh. Ja, ich hätt' dir fällt. Das war ein langer Punkt. Das war ein langer Sturz. Das war ein langer Punkt. Das war ein langer Sturz. Ja. Okay, komm her. So, und jetzt, warte? Ja, ja. Yes! So. Ah! Oh! 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 Einkaufen. Einkaufen. Ja, ich will meine Dreiecksammlung weiter fortsetzen. Mittlerweile habe ich mich an die Dreiecksköpfe auch gewöhnt, also ich mag die eigentlich. Oh wow, das sind Jägertypen. Oh, ich habe da auch meinen. Ich habe mich verguckt, aber ich habe eigentlich was schönes gerade bekommen. Geil, ich habe einen Glimmerball bekommen. Kann man eigentlich zwei Waffen haben? Man kann ja zwei auswählen. Ich gucke mal eben in die Controls. Ja, man kann zwischen den beiden Waffen wechseln. Ja, mit LB. Dann leuchtet doch dieses Ding über deinen Kopf. Das habe ich doch die ganze Zeit schon angewendet. Wow. Da kannst du mal gucken. Was habe ich jetzt noch bekommen? Ich habe einen Papierflieger bekommen. Nice. Probier mal aus. Kannst du wirklich steuern? Ich glaube, habe ich zumindest das Gefühl. Das ist geil. Ja, auch in der Luft. Warte mal. Jetzt schieße ich einen Stück nach oben. Oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ah, warte. Kann ich deine Glubberblase kaputt machen? Schieß ihn mal ab. Okay, ich muss erst schießen. Ja, schießt du erst. Okay. Ja, wird schon. Ja. Wow. Kannst du da rein? Oh. Hi, Toxic. Obwohl ich extra die Maske auf habe. Vorsicht, da kommt auf dich zu. Was soll das denn sein? Ich glaube, ich nehme das, was ich nicht so richtig weiß, was es ist. Das finde ich sehr sympathisch. Okay. Oh. Das wollte ich nicht. Ah, man kann sie, wenn man drauf springt, geht sie kaputt. Oh, ich glaube, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Moment. Wir müssen jetzt einen Stockwerk höher, oder? Ja. Ja, soweit ich weiß. Oh, ein Baby habe ich noch. Interessant. Ich glaube, ich nehme mal Jacques. Oh, Jacques. Jacques. Jean-Baptiste. Je m'appelle Jacques. Jean-Baptiste Jacques. Jean-Baptiste Jacques. Jean-Baptiste Jacques. Ich kann kein Französisch. Ich hatte Latein. In der Schule. Alexander Luxus Est. Jacques ist ja die französische Variante von Jakob. Auf der Sache, ja. Okay, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Brauchst du das? Es ist sicher. Drück mich B. Nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt vor allem nicht. Gehen sie. Bleiben jetzt wie immer zu. Auf. Ne, dann bleibt mal stehen. Ähm. Aber das war ganz schlimmes Timing. Okay, alles gut. Habs. Ich hab genau gesehen, was du machen wolltest. Wow. Der war nice, ja. Richtig. Oh, ich kenne mich auch selber. Oh, ein Tox-Kate. Jo. Danke. Das war aber tatsächlich keine Absicht. Die Kontrollers. Ah, guck mal. Jetzt haben wir auch endlich die mächtigen Waffen. Langsam. Kann man die eigentlich zerstören, die? Oh. Weiß ich nicht. Die Laser. Ne, anscheinend nicht. So, ob es nicht geht. Ne. Oh, wo bist du jetzt überhaupt? Oh, ich bin da rechts unten. Wobei jetzt nicht mehr. What? Ah, hier bin ich. Ich hab so'n Ding. Ja. Verstehe. Pass auf, der schießt Kugeln. Ja, so wie ich. Kann er mir ja nichts anfügen. Oh. Ist da oben noch was? Äh, wahrscheinlich so. One World Knoll ist hier. Okay. Okay, reine Schubkraft. Scheiße. Reine Schubkraft ist von nöten. Schade. Das war's jetzt du. Ja, ich weiß. Ich komme. Oh. Scheiß Wind. Oh. Ja, komm. Okay. Fuck. Ja, äh, Moment. Ja. Uh. Nice. Da haben wir alle, ne. Da oben ist noch eins wahrscheinlich. Wir brauchen noch einen. Oh nein, da sind Eisblock. Penisse. Lässt dich schwer lenken, das Ding. Ah, fuck. Ich glaube wir haben einen Gym nicht gefunden. Aber egal. Wir machen da keinen 100% Run. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht. Irgendwo hier. Unter den Dingern. Uh, uh, uh. Du bist ein gemeiner Mensch. Ja, hm. Was soll ich dazu sagen? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. In Janus Veritas. Oder so. Ähm. Reicht's doch für eine Folge. Ja, für eine Folge reicht's sowieso in dieser Folge. Aber vielleicht sogar für eine Szene. Ja, das, das, äh, das meinte ich. Oh, ich hab die Kugel weggeballert. Hast du das gesehen? Das kannst du. Okay. Oh. Ähm. Und. Schieb nach hinten. Dann lass ich mich oben fallen. Mhm. Ich bin unten. Da kann man nicht durch. Was ist der Zweck? Da vorne. Vielleicht musst du den, ähm, runterfallen lassen. Rechts. Ne. Ah, ich kann dich einsperren. Okay. Vielleicht kann ich mich auch zusammenpusten. Vielleicht müssen wir den erstmal nach links da schieben. Ja, das ist aber suspicious. Was soll das? Das ist ein Teleporter. Wir müssen an irgendeinen Teleporter. Ja, aber wo ist der, wenn nicht dahinten? Komisch, komisch, komisch. Naja. War ich da ganz am Anfang oder sowas? Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe ein... Hm? Ich glaube, hier darf er nicht mehr sein. Ne, es ist nur eine Windschiene, ne? Ne. Warum sind da unten die Teile? Verstehe ich jetzt nicht. Achso, die hier. Ne, da links, da wo der Laser ist. Achso, das ist nur eine eigene Strecke da unten. Ja. Oh, komplex, komplex. Hier ist vielleicht doch was. Hier schläft irgendwas. Wollen wir uns wecken? Mit von einer Granate. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Was? Warum? Warum? Wir hätten ihn zerstören können, stattdessen opferst du mich. Aber ich habe einen Jeep mit dafür bekommen. Gut. Ja, mit mehr. Ich kann nichts machen. Obwohl doch, kann ich. Den Frosch. Ne, ich habe noch Eisblöcke. Kann man das nicht kaputt machen? Schöne Frage. Scheint nicht so. Das muss doch gehen. Ja, meins bringt dir eh nix gerade. Guckst du dir nicht. Da! Ich hätte aber auch von dem nicht vergessen werden. Das wäre auch ne Achievement. Ja, dann lass dich essen. Ja, dann lass dich essen. Ja, Püttentuch. Hm. Lecker. So. Ich muss lecker schmecken. Okay, du bist dran. So. Da müssen wir aufpassen. Was soll ich mit dem? Ups. Was ist nochmal dazu? Ich komme auch nicht mal rum so richtig. Aber muss ich auch gar nicht. Ne. Ah, fuck. Ja. Also da ist jetzt voll ist jetzt der Exit, ne? Ja. Und wir haben vier und keinen Bollknäuel. Das ist observabel. Da rechts ist noch ein Ding. Da müssen wir das Schiff runterholen. Ich mache das deswegen diese Strecke von dem. Das muss einmal oben. Vielleicht geht das mit dem Frosch oder mit dem Papierfinger? Hier oben können wir uns einmal einschalten. Hier so. Ah, okay. Und jetzt. Jetzt geht's ab. Ah, dann weiß ich auch wo der Bollknäuel ist. Dann müssen wir mit dem Papierboot. Sehr wahrscheinlich ganz nach rechts. Ah, ja. Kommst du mit? Ist er da? Moment. Ach ja, richtig. Ja. Ja, wo nein? Ja. Ja. Ja, wo nein? Aber ich hab's bekommen. Yes. Ja, sag mal. Gibt's noch einen Gem? Ne, ne? Äh. Ich glaube schon. So, allerdings. Hast du nix oben geguckt? Nix oben? Ja. Ja. Weiß ich grad nicht. Ne, da ist nix. Ist jetzt auch so. Mein Bildschirm nix mehr. Hm. Ja gut, dann gehen wir mal rein, oder? Ja. Äh. Ja. Nice. Ja, damit müssen wir jetzt die Folge auch beenden, aber wir gucken natürlich nochmal aufs Scoresheet. 206. Toll. Ja, da bin ich aber stolz davon. Das war ja doch relativ komplex. Ja. Schön, schön, schön. Äh. Wie viele Welten gibt's eigentlich insgesamt? Gute Frage. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich schätz mal sechs, sieben, acht, sowas in der Art. Okay. Ja gut, jetzt sind wir in 2,9. Also, äh. Viertel des Spiels, sagen wir mal. Ist vorbei. Ja. Ungefähr. Also bislang macht's mir sehr viel Spaß. Ähm. Ich würd 10 von 12 ohne Reis geben und äh. Dann gucken wir noch mal nächstes Mal weiter. Oh. Aua. Das hat mir sehr weh. Gibt's noch mehr Haue. Ich auch. Alles klar. Also dann viel Spaß. Äh. Viel Spaß euch schon. Viel Spaß beim weiteren Folgen gucken. Aber danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum. Ich versteck mich bislang. Ja. Bis zum nächsten Mal in Folge 6. Äh. Und ich setz mich auf dich drauf. Hinterm Baum. Tschüss. Ciao.